Und heute früh ist Erich Fenninger bei uns, der Direktor der Volkshilfe Österreich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt haben wir hier ein Schicksal gesehen. Ist das ein Einzelschicksal in Österreich? Ja, leider nicht. Muss man sagen, dass in Österreich über eine Million Menschen in Summe armutsbetroffen sind. Aber bei den Kindern, um das es ja uns geht, ist jedes fünfte Kind in Österreich armutsbetroffen. Das sind 350.000 Kinder und Jugendliche. Und das sind sehr viele Kinder und Jugendliche. Und wir wollen verhindern, dass sie eine schlechte Kindheit haben. Wir wollen verhindern, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie behindert werden an ihrer Entwicklung. Und wir wollen verhindern letztlich, dass sie nicht die Arbeitslosen von morgen werden. Und deshalb engagieren wir uns sehr stark für die Kinder. Das tun wir gemeinsam in dieser Woche. Armutsgefährdet. Was heißt das konkret für das Leben dieser Kinder und Jugendliche? Also, um es klar zu machen, also Kinder leben in beängten Wohnräumen. Die Wohnungen sind immer untertemperiert, insbesondere in dieser Jahreszeit. Man fühlt sich dort nicht wohl. Die Kinder werden mit Essen letztlich am Ende des Monats nicht ausreichend versorgt. Sie haben zu wenig Gewand im Winter. Sie können nicht teilnehmen. Zu sich in die Wohnungen werden keine anderen Kinder eingeladen, weil es zu eng ist oder weil man sich dafür geniert. Sie haben weniger Freunde und Freundinnen als andere Kinder. Sie gehen nicht in Sportveranstaltungen, kommen in die Schule. In der Schule sind sie schon schlechter aufgestellt, haben weniger sozusagen mitgebracht, haben weniger soziale Kompetenzen, weil sie sehr wenig austauschen konnten. Können nicht unterstützt werden in der Schule, weil die Eltern das nicht so schaffen. Und ein Geld für Nachhilfe ist nicht vorhanden. Die Eltern scheiden früh aus und das wollen wir nicht. Und sie sind auch deutlich kränker. Wir haben mit der Ärztekammer beispielsweise Untersuchungen gemacht. Die Ärztinnen und Ärzte in Österreich bestätigen das, dass fast zu 100 Prozent sie in den Ort feststellen, dass die armutsbetroffenen Kinder kränker sind, chronische Erkrankungen haben. Und dagegen müssen wir was Gemeinsames tun. Und wir reden hier wohlgemerkt von Österreich, das ja immer wieder als eines der reichsten Länder der Erde bezeichnet wird. Wie kann das dann sein? Ja, es ist halt eine große Schere zwischen Arm und Reich. Das wissen wir, der hat sich manifestiert, die ist auseinandergegangen. Es sind also strukturelle Gründe. Und klar ist, dass die Eltern aus welchen Gründen immer wenig Einkommen haben, dass damit die Kinder erleben, dass zu wenig Geld vorhanden ist. Die Kinder erleben den Existenzdruck. Die Kinder haben oftmals Angst, dass die Wohnung verloren geht, dass sie nicht teilhaben können und sind hochgradig belastet. Und das macht was mit den Kindern. Aber ich glaube, wesentlich für uns mit der gemeinsamen Aktion, ich bin so happy, dass Puls 4, Puls 24 und Kaffee Puls hier mit uns kooperiert. Weil wir zeigen Wirkung. Mit dem, was uns Menschen jetzt in Österreich gespendet haben, konnten wir ein Jahr lang Kinder und Jugendliche begleiten. Und wo vorher Tristesse, Angst war, ist jetzt ein wenig Lebensglück. Die Kinder sind entlastet, strahlen mehr. Sie sagen auch in der Schule, ich traue mich jetzt wieder was sprechen, weil ich anschlussfähig bin, weil ich ausreichend finanziell unterstützt werde. Und wir sehen auch, dass sogar chronische Erkrankungen innerhalb von diesem Jahr zurückgegangen sind. Und das ist eine Riesengeschichte. Und da hoffe ich, dass uns heuer auch gemeinsam einiges gelingt, dass wir vielen Kindern und Jugendlichen helfen können. Wenn Sie auch möchten, dass Kinder sich zum Beispiel widersprechen trauen und noch viel mehr. der kinderarmut-abschaffen.at ist die Webadresse dazu. Und das kostenlose Spendentelefon 0800 4000 und die Elf. Herr Fenninger, wir freuen uns auf diese Woche und hoffen, dass wir viel zusammenbringen. Danke Ihnen. Danke den Zuseherinnen.